Eine meiner Lieblingsanwendungen ist die Einnahme von fetten Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl ist ein ganz tolles, fettes Öl, das besonders gut für unser Immunsystem ist. Es reguliert, harmonisiert unser Immunsystem. Es ist somit sowohl für Allergiker gut geeignet, wie auch für Menschen, die unter schwachem Immunsystem leiden. Ich persönlich mache gerne im Jänner eine Schwarzkümmelölkur. Dazu nehme ich einen Esslöffel, gebe das Schwarzkümmelöl drauf und nehme das ein. Wenn man einen Schluck Kaffee nachtrinkt oder auch Orangensaft, ist der Geschmack sofort neutralisiert. Am besten ist es, wenn Sie das Schwarzkümmel zu einer Speise zum Essen einnehmen. Ich bevorzuge das Frühstück, dann habe ich es gleich erledigt. Pro Person und Kur 100 Milliliter, auch für Kinder. Meine Tochter nimmt Schwarzkümmel, seit sie drei Jahre alt ist. Was ist der Vorteil davon? Man kann sich besser konzentrieren, man ist leistungsfähiger, Fettöle sind Energielieferanten, aber diese ungesättigten Fettsäuren können wir nicht speichern. Schwarzkümmelöl zeichnet sich aber nicht nur durch das Fettsäure-Spektrum aus, sondern ganz besonders auch durch die sogenannten Fettbegleitstoffe. Schwarzkümmelöl enthält einen hohen Anteil an ätherischen Substanzen, die eben gerade für den Darm besonders wichtig sind. In diesem Sinne, alles Liebe! Musik Musik Musik